Hi und willkommen bei mir, Lüchie Nummer 1. Willkommen zu einem der wohl interessantesten Themen, kurz vor dem Release von Red Dead Redemption 2. Und dieses Thema ist natürlich, wann kommt GTA 6 jetzt endlich raus? Wo findet GTA 6 statt und vor allem, wie wird GTA 6? Ich habe in diesem Video alle Fakten, alle Fails und alle Gerüchte mal in diesem Video zusammengefasst und zeige euch, worauf wir uns wirklich freuen können und was an dieser Stelle wirklich weit hergeholt ist. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema und zwar GTA 6 ist erschienen in Brasilien für die PS2. Natürlich ist das als erstes Mal ein Fail. Es ist überhaupt nicht vorstellbar, dass GTA 6 jetzt schon erhältlich sein soll. Natürlich auch nicht für die PS2. Aber was ihr da draußen vielleicht nicht glauben werdet, ist, dass GTA 6 tatsächlich in Brasilien zurzeit im Verkauf ist und verkauft wird. Dazu wird sogar die Schauspielerin Summer aus der Serie Terminator für ein Cover eines Fail-Spieles benutzt, welches ihr wirklich dort auch kaufen könnt. Aber wie sich bei vielen Käufern herausgestellt hat, ist entweder A beim Kauf dieses Spieles überhaupt kein Spiel drin gewesen oder B, es war eine schlechte Kopie von GTA San Andreas. Es gibt momentan nichts Spekulativeres als den Ort, wo GTA 6 eigentlich stattfinden soll. Hier sind Länder aufgezählt worden wie Indonesien, London, Bogota. Es ist Tokio mit ins Spiel gekommen und viele behaupten auch, dass aus GTA San Andreas es eine Erweiterung gibt, wird diese dann in Vice City. Aber was ist denn hier eigentlich Fakt und was ist unwahr? Fakt ist definitiv, dass Rockstar Games sich für sehr, sehr viel Geld, die Rechte an dem Namen Tokio und die Rechte an dem Namen Bogota von diesen beiden Städten sich hat sichern lassen, um ein Spiel herstellen zu können. Wofür das Ganze, das weiß leider auch nur Rockstar, wo genau da der Hintergrund steht. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, was würde denn beispielsweise für Tokio stehen? Tokio ist eine Weltmetropole geworden und dort GTA 6 klingt in erster Linie mal wirklich sehr verführerisch. Aber was an dieser Stelle mal klar dagegen spricht, Tokio und seine Straßenverhältnisse bzw. die Fläche dessen, wie groß die Stadt im Inneren sich aufgebaut hat, ist für ein Spiel wie GTA 6 einfach nicht möglich, da die Straßen viel zu eng umschlungen sind. Und deswegen, auch wenn man natürlich die Bevölkerungsdichte nochmal genauer beschaut, ist das einfach für ein Spiel technisch nicht umsetzbar. Dann hat sich ein neuer Spekulant in den Vordergrund gearbeitet und das ist der Mitbegründer Dan Hauser. Dieser hat einmal in einem Interview zum Besten gegeben, dass GTA 6 die Grenzen sprengen wird. Damit hat er gemeint, dass GTA 6 nicht unbedingt in den Vereinigten Staaten stattfinden muss oder irgendwo drumherum. Das hat natürlich dann wieder zu neuen Spekulationen geführt und als erstes Land bzw. Stadt kam dann London mit ins Spiel. London wurde erst mal lange, lange sehr heiß umstritten. Wird es London sein? Wird GTA 6 in London stattfinden? Und letzten Endes, wenn wir da auch mal etwas genauer hinschauen möchten, London ist eine sehr interessante Stadt, das es sicherlich an der Stelle war. Aber welcher Spieler würde sich dem Linksverkehr an dieser Stelle hingeben wollen bzw. dass die Fahrzeuge alle dann auf der linken Seite ein Lenkrad haben bzw. auf der rechten Seite ein Lenkrad haben und nicht mehr auf der linken? Dazu muss man doch mal klar die Aussage machen, dazu müsste sich der Spieler doch mega umgewöhnen und deswegen würde ich das Ganze als Fail in die Schublade stecken. Was bleibt übrig? Y-City ist natürlich vorstellbar. Da würde ich dem Ganzen eventuell einen gewissen Wahrheitsgehalt zugeben, dass tatsächlich aus GTA San Andreas hier die umliegende Nachbarländer verwendet werden, um ein neues Y-City zu schaffen. Und genau so sieht es nämlich aus, Leute. Am Freitag, den 26.10.2018, kommt Red Dead Redemption 2 in den Handel und das heißt für GTA 6, dass hier erstmal Warten an der Tagesordnung ist. Denn wenn wir jetzt einmal die Release-Zeiten der GTA-Reihe mal genauer betrachten, hier blende ich euch jetzt mal eine Grafik ein, so kann man einen Schnitt ziehen in allen größeren GTA-Reihen, die auf dem Markt erschienen sind, waren immer roundabout 5 Jahre Abstand drin. Da jetzt Red Dead Redemption 2 auf den Markt gekommen ist, dieses Jahr, beziehungsweise jetzt kommen wird, kann man davon ausgehen, dass Rockstar sich dieses Ziel, genau wie mit den anderen GTA-Reihen, schätzungsweise genauso hält. Das heißt, wir können ab dem Release von Red Dead Redemption 2 locker 5 Jahre draufrechnen. Und dann würden wir im Kalender bei folgendem Release-Datum landen. GTA 6 wird aller Wahrscheinlichkeit 2022 im Herbst erscheinen und vorher werden wir von GTA 6 nichts zu sehen bekommen. Das hat natürlich damit auch zu tun, dass, wie gesagt, dieses Spiel sehr, sehr aufwendig gestaltet ist und auch hier wird einiges an Updates zur Verfügung stehen und auch der Mehrspieler-Modus wird sehr umfangreich sein. Und so können wir ein Resümee ziehen. GTA 6 wird 2022 im Herbst erscheinen. Alles andere wäre wirklich reine Mutmaßung, dass dieses Spiel früher erscheinen wird. Noch dazu gibt es diverse Kooperationen mit Playstation und Xbox. Das heißt, bevor nicht die neuen Konsolen auf dem Markt sind, wird GTA 6 sowieso nicht erscheinen, da es hier Kooperationen gibt. Das heißt, wenn Playstation 5 nicht auf dem Markt ist, wird es auch kein GTA 6 geben. So einfach ist es. Und bei der Xbox wird es wohl die Xbox 2 werden oder je nachdem, wie die Konsole dann benannt werden wird. So kann man sich in etwa das Ganze jetzt herleiten, wenn wir einfach auf das Release der vergangenen GTA-Reihen geschaut haben. Was können wir sonst noch über GTA 6 an dieser Stelle sagen, wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen? GTA 6 wird definitiv nicht in London stattfinden, wird nicht in Tokio stattfinden, aber aller Wahrscheinlichkeit wird GTA 6 in Vice City spielen. GTA 6 wird nicht mehr männliche Charaktere haben, denn auch hier hat man rausklingen gehört, dass der neue Charakter in GTA 6 eine Frau sein soll. Und hier ist es auch schon bekannt, wer die Stimme des Charakters machen wird in GTA 6. Dies wird sein Eva Mendes. Hier blende ich mal ein Bild ein. Sie wurde von Rockstar Games bereits schon engagiert, um die Stimme des weiblichen Charakters zu machen in GTA 6. Was heißt es im Ganzen eigentlich? Natürlich, dass GTA 6 mittlerweile auch schon in den Entwicklungsschuhen steckt und auch dort schon dran gearbeitet wird. Wie viel letzten Endes nach draußen klingen wird mit GTA 6, das steht natürlich in den Sternen. Aber natürlich werde ich euch auf diesem Kanal immer auf dem Laufenden halten, falls sich an dieser Stelle nochmal etwas tun wird. Das war mein Informationsvideo über GTA 6 und an dieser Stelle würde ich noch eine kleine Umfrage in den Raum hauen. Welcher GTA-Teil hat eigentlich euch am besten gefallen? Schreibt es doch mal in die Videokommentare, das würde mich sehr interessieren, welcher GTA-Teil euer liebster GTA-Teil war. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Video. Euer Lohchi Nummer 1. Ciao. Euer Lohchi Nummer 1.